Wir machen weiter, ich mache noch hier Pirate Bay, kann noch haben wir es aus? Da wird einfach ne 9 Eiskalt, ey! Okay, bye! Was ist das denn? Oh! Oh, ja! Halt 10 Münzen den Pot? Ah, 10 geht ja. Aber wenn Luigi gewinnt, hat er über 100 Münzen. Passiert. Und Bombomb. Direkt, direkt. Oh! Einfach ausweichen wahrscheinlich, oder? Nee. Throw, catch. Hä? Ja, du musst sie auch fangen, die Bombe. Du musst die Bomben fangen und dann kannst du sie schmeißen. Richtig. Heiß und fettig! Ey, wie er mich hasst! Piss dich! Ja, klar! Ah! Mario da unten steht einfach rum. Boom, ey! Oh, grüßen Widersachen ausgeschaltet. Ja, man kann die auch schlecht fangen bei dem Leck. Ich fang die alle. Ey, dumm, ey! Ja, aber schwierig, ne, Nico? Ich hab alles gesagt. Was? Was? Ich hab' mir aufgefallen, jedes Mal gewinnt der Henrik jetzt hier wegen der Leckse. Da stimmt doch irgendwas nicht! Der ist doch irgendwas im Busch! Ich hab' genauso leh! Aber egal, weißte, ich hab' auch nur... Er kennt sich nur damit aus. Der weiß, was man machen muss dabei. Ich weiß, wann ich drücken muss, weißte? Ihr verwöhnt mit euren geilen Internetleitungen, weißte? Ist ja klar! Erstmal Geld ablassen. Ich will mit Stefan in einem Team! Haha, Nico! Viel Spaß! Was muss man machen? Move forward, down, left, right. Was ist denn das cheap? Okay. Hey, diese Steuerung! Und dann? Die muss da hinten in den Sack hier, da unten rein, da unten! Da! Ja, das haben wir wohl mal schön verloren. Ups! Ups! Bei der Maulwurf! Ich hab' mich erstmal blockieren. Maulwurf! Nö, ich hab' ihm was abgehalten, um die Truhe da reinzuwerfen. Das ist eine war ein Versehen. Da konnte ich nix für. Ja. Der ist so! Das sieht jeder im Video! Hahahaha! Hahahaha! Ey, dass jeder da rein guckt, ey! Der hat nie was Gutes, Leute! Bei 2 hat er was Gutes. Bei 3 ist richtig geil, ey! Wenn da was fallen ist... Was soll das denn jetzt?! Was? Hop on, hop on, ey! Ich will doch gar nicht! Wie nette Hure! Oh, okay, doch will ich! Danke! Warum ist das? Ja, dann bin ich doch, ey! Was ist das denn? Duell! Hahahaha! Hahahaha! Hauh! Ähm해�bewerb! Gehä us- Hey, ich brauch' das big blast! Oh, das ist geil! Einfach raten! Okay. Kennt ihr doch einfach eins Hebel drücken und hoffen, dass es nicht exaktiert Ach man, ey Bitches first, alter Ich nehme, äh, grün, ey, wie der grüne Ranger Boom Der muss rot nehmen Ey, was weiß ich, ne pinke Das wird doch nicht bestraft, diese Oh shit, ey Gut, ey Weg mit dir Ich dachte, jetzt kommt der Fand ich mal geil so Mega lang Ich war doch in Korn's Kiefig Ich war doch in Korn's Kiefig, also Boom Hau Degen jetzt noch Geh, wie Banane Boah Grün Ey, grün ist so offensichtlich Guck dir Luigi an, ey Schon wieder hat er gewonnen Das ist doch irgendwas im Busch Ja, das ist seine Runde Das ist seine Runde Er ist der Pirat von uns Ja Tausend Münzen hat er jetzt Wunder Boah Lade Tausend Münzen Guck mal, ein Item Magic Lamp Gibt's natürlich nicht Ey, den Kubus Dann tauscht er eine Position mit Richtig Bauderbombe Oh, das ist fies Ich will die Bauderbombe So Was kann die Bauderbombe? Ich weiß es nicht Hättest du mal nachgucken müssen Aber einfach Die lässt einen Stern explodieren Irgendwas ist passiert, aber Dein Typ freut sich nicht gerade Über das Item Ne, nicht wirklich Was ist jetzt los? Ja, wo? Ja, jetzt fliegt euch Ja, jetzt ist es Wow Der will uns holen Oh, wo? Ha, geil War doch gut Weil ich so ein bisschen Action hier Ey, Diablo Er kriegt nix Ohohohoho Ey, was ist geil? Wie er Mario geraped hat Oh, ey, mit Stefan, ey Ey, Stefan, das kannst du like Ey, setzt die Adbiere auf Deinen Kuchen Also ich Kuchen und dann du Erdbeere Leck Ey Ich kann nix drücken Nico Ja, da konnte ich keinen nehmen Ja, stimmt Fuck Boah, ist das schnell Jetzt Nein, hab ich nur einen gekriegt, ey Da hat doch die Erdbeere drauf Weil du die Erdbeeren wieder nicht kriegst, ey Der ist einfach Jetzt wird's gut Jetzt sind's lustig, ey Ey, 115 Münzen Unmenschlich Woher steht der Player? Dick hat den Bowser erwischen müssen Dich, ey Ich bin best Bowser Revolution Boah, nix Ich muss jetzt auch erstmal abdrücken Ja, klar Ey, ist auch gecheatet alles hier Das ist eine von der Er gewinnt jedes Spiel Er bestimmt die Stern-Locations Der kommt sogar noch da drauf Ja, ich bin bestätigt, ey Deswegen wollte er auch Pausen machen, ey, wollte schieben Echt Deswegen hat Hayes auch gesagt, er will Pausen machen zuerst An ihm mal gehört Na klar Da kommst du jetzt auch noch hin Ne, doch stimmt, aber obenrum einfach Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wer ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? 40 coins? Muss ich mir die wiederholen, oder was? Facelift Für welche Katast? Für welche Cox? Ach das, ey Das ist lustig Einfach nur drumrum Sauber wie möglich So sauber, ey Das schaffe ich nicht Mit dem Delay Ach, verdammt Was ist das denn, ey? Was ist das denn, ey? Ist klar Ey, was für'n Siegeszug Bin ich überhaupt mal aufzuhalten, ey? Ja Bowser Revolution Mich interessieren die mit's nicht mehr Ich muss Bowser Ballon, ey, Bowser Ballon Nein Dann jagt er dich nämlich Ja Stimmt, ey Oh fuck Vielleicht gibt's das auch hier Naja Wahrscheinlich, ey, Coin Revolution Er will meine Münzen haben Geil Geil Tschüss 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 Oh man Ey, alle gingen donkey Was war das? Hey, ob ob Move, du musst rumfahren und wir müssen, äh Die, die Bomben werfen mit den Analog-Sticks Hi, das wird so leichter Ah, das wird so leichter Glaub ich irgendwie nicht dran Läuel Nussschale Damit ist er zur Insel gekommen, ey Das wird so leichter Glocker ich kann das nicht mit dem Controller ach so man muss aber nicht nach vorne ach so man muss nach hinten gedrückt haben da auch k k k alle Münzen was will ich mit zehn Münzen letzten zehn Runden schon die Hälfte oben Wahnsinn ich muss euch deine Mitze zahlen you shall not pass ey Stefan Kickel ist ein Stern echt ey du mich die ganze Zeit ankacken hä wieso nicht du die anderen das ist die von seinem eigenen Bruder ja schuldgenau das ist auch richtig aber am meisten weiß ich nooo ich werde ausgenommen die Musik ist gut hier in dem Level ja mhm Bill Collins hat die geschrieben ja 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 jawoll ist geil weil Knight Rider ist das was wir schon mal hatten? ach ne das muss ich umgelegte nennen ok richtig ein Goomba brauchen wir ok ein Goomba brauchen wir ok nein oh sorry Luigi was hat er denn ey der Knecht der sorry Luigi diese Spiele wo man mit dem Arsch irgendwo drauf springen muss die kann Nico hat da gerade einer geredet er mit einem Stern nur woher war das ey ich bin zweiter ganz am Anfang ein ein er hat und ein ich ich gehe da gleich noch einmal rum und rüber deine Mutter ist rund mehr auf nicht da hat er den raus und wird was er nicht drücken kann ich kann hier euch zu wiegen Gigi Gigi F**k Eeeh, geil, jetzt endlich mal Münzen weg hier Gerne Nee, Bowser, komm, wir sind Freunde Scherzstein Geht Tschüss Tschüss Ah, knapp Decay 1 Ah, mal da richtig Oh nein Hallo Gigi 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 Ist das nicht das mit dem Bogen? Ja Die Klassiker, ey Ey Ey, wie ist Ey, wieso blockierst du hier? Ja Ich konnte doch nichts mehr machen, hallo Ich war doch unbord Okay Wir spielen hier zusammen Scheiß tot, ey, kleiner Bastard Ja Ey, wie ist das denn? Ausgetrickst Ausgetrickst Ey, der Der letzte Pfeil Ja Oh nein Er musste nur noch zur Seite Ja Gut gemacht, Haze Kriegen die anderen für Münzen, weiße, so'n schlechter wie Mario, ich kriege da für Münzen Klar Ey, zu Team Ist wie in echten Italien, ey, da kriegen auch immer alle Geld, ey, für nix, du Team Team my ass, ey Was denn dein ass, ey? Schönen Team Hast du die Chance zerstört, dir noch einen Stern? Ey, danke Doch, ey Heldenhaft war alles, heldenhaft Richtig geil, ey Ich mach mal sowas, so ne Bowser-Bombe hier haben Sie ist gut Ja, für Mario Hätte er verdient Hätte er verdient Lava-Teil-Eisel Was? Hä? Na, da geht irgendeinen Block unter, eine ganz einfache Kiste, ist doch klar Heul Ey, wie hier der ankommt und dann wegboxt Was? Ich komm da einfach rein und geh mal in den Kiez-Klatsch, der sucht nichts aus Ich stopp die Aufnahme Ich komm da einfach mal in den Kiez-Klatsch-Klatsch-Klatsch-Klatsch-Klatsch-Klatsch-Klatsch-Klatsch-Klatsch-Klatsch